Guten Tag meine positiven Freunde, mein Name lautet wie immer Den-den-den-den-den-ni-p-p-p-p-nitsch Und dieses Intro ist schon so verdammt alt Aber, heute holen wir uns wieder eine erneute Tarnung Holen wir uns heute wieder Denn das haben wir uns verdient Oh, wir holen uns keine Wir haben erstmal die Graffiti-Tarnung, die will ich jetzt mal austesten Und es tut mir leid, dass wir nur Teamweb spielen Allerdings habe ich das Gefühl, dass andere Spiele modisch einfach nicht gespielt werden Ich habe keinen Plan wie so, Alter Pisst mich das schon wieder an, ey. Das nächste Road to Commander wird wahrscheinlich entweder Modern Warfare 2 sein. Oder Black Ops 1. Oder Call of Duty Ghosts. Auf der PS4 aber. Ja, auf der PS4. Das Spiel an sich ist zwar nicht das beste Call of Duty. Aber die PS4 ist die beste Konsole, die es jemals gab. Deswegen, ähm... Die Tannung ist ganz okay. Irgendwie halt bunt, ne. Aber, keine Ahnung. Nicht so meins, glaub ich. Ne, nicht so meins. Ich, so, zu... Ja, das war ein Fehler. Ich bin tot. Aber ich lebe noch. Die Jener sind zu schlecht, Alter. Aber ich komm da einfach... Ah, von hinten. Ich komm auf Nuketown nicht so gut klar, weil diese Map zu klein ist. Einfach, finde ich. Guck mal, ich hab... Oh, guck mal, ich hab keine Samtex dabei. Das passiert halt, wenn man keinen Samtex dabei hat, ey. What the fuck? Tap, 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 tap. Schritt, 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 Schritt. Schritt, 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 Schritt. Oh. Ja, dann kann ich hier durch, bitte. Vielen Dank. Ah, mein Killer, Alter. Easy, locker, flockig aus der Hüfte. Mama mia, Picapella, Vistazie. Von da kommen wir hier. Danke. Okay, das ist da nicht... Nein, nein, nein. Oh, das sind so viele. Da schmerzt es so, die einfach entgehen zu lassen. Oh mein Gott, da waren so viele gerade. Wo sind die jetzt? Wo sind die denn alle? Ich finde gar... What the fuck? Danke, aber trotzdem. Nein! Der hat mich... Ich dachte, die wissen nicht, was sie machen sollen. Jetzt warten da. Und dann helfen mir ein paar Teammates, aber hat nicht geklappt. Okay, ich werfe mal rüber einfach. Das nervt mich ein bisschen an die Waffe. Ich glaube, ich werde dann auf diese Waffe definitiv schneller nachladen nehmen müssen, weil diese Waffe lebt einfach so langsam nach, Alter. Ja, ihr Mist gebaut. Wow, zwei Kills mit der S-Mine, Alter. Lohnt sich doch, die drin zu haben. Ich dachte dir immer, die werden ein bisschen nutzlos. Und ich weiß gar nicht, wo lange ich das muss, Alter, Schwere. Es geht hier viel Party ab, Alter. Drohne nährt sich, Scheiße. Okay, das ist ja... Äh, ja. So, machen wir dann mal das. Die sind alle im Haus, kann das sein? Kann der... Ja, ernsthaft. Weil, wisst ihr was? Ich tote niemanden damit, nur mich selber, Alter. Okay, es reicht mir. Ey, Sniper, auf zu campen, Alter. Du auch, so schnell. Ernsthaft, er campt mit einer Sturflinte? Denkt ihr, er kann ihn mit einer Sturflinte Snipern oder was? Mann, das ist der dümmste Gegner der Welt. Oh, wow, wow. Stopp. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, mein Gott. Lass mir doch wenigstens Zeit, um meine Waffe zu holen. Ah, Mama mia. Hüpp. Hüpp. Oh. Oh, mein Gott, diese Sniper, die kämpfen. Oh, ich bin so schlecht. Ich weiß es nicht. Ich persönlich gebe mir immer selber die Schuld, dass ich gestorben bin. Obwohl, eigentlich dagegen kann man eigentlich nichts tun, oder? Wenn die zu dumm sind, Alter, um normal zu spielen. Wisst ihr was? Ich sollte denen meinen Besuch abstatten. Digga, hör auf, mit einer Sturflinte zu kämpfen und deinen Sniper-Kumpel zu beschützen, Alter. Der beschützt den die ganze Zeit. Und diese ersten Minus sollte ich mal wieder platzieren, Alter. Ich habe immer ein gutes Gefühl. Ja, ich wusste, dass einer von da kommt. Deswegen hatte ich so Reflexe. Wir warten hier kurz hier. Ich habe das Gefühl, die kommen jetzt, wenn ich jetzt rausgehe, sterbe ich. Danke. Keine Ahnung, wo die gerade sind, Alter. Der kommt wahrscheinlich hier lang jetzt. Auch nicht, nee. Nee. Nice. Ich habe den Kill bekommen. Mein Auge juckt. Ich hasse es, wenn was juckt, Alter. Vor allem, wenn die Hohnen jucken. Ähm. Er hat ihm eingeblasen. Ja. Und die leben sich, auf jeden Fall. Alles wird gut. Auch ihr nehmt mal Drogen. Warten wir mal kurz. Hi, was geht, Digger? Also, hör zu. Ich will dich ernsthaft nicht verarschen oder sowas, ne? Aber du kämpfst da ziemlich, Alter. Okay. Ich habe den Kill meinem Teammate gegeben, weil die ein paar Kills verdient haben. Die machen doch einen guten Job. Schaut man, wie wir gewinnen, Alter. Wir gewinnen fast immer in letzter Zeit. Jo, das freut mich doch mal. Dass ich wenigstens hier, ähm, meinem Team helfen kann. Und die Camper hier eliminieren können. Nice. Die wollen mein, mein Dings da runterholen. Er hat runterholen gesagt. Wie lustig. Wie witzig. Richtig witzig. Richtig lustig. Jo, ne? Ich habe gerade ein Video hochgeladen. Ich nehme gerade wieder auf. Also, nicht wundern, wenn ich das selbe T-Shirt, äh, immer anhab, weil ich, äh, immer hintereinander aufnehme. Ich muss heute noch mein Training absolvieren, denn ich mache gerade so ein, äh, okay, ich will jetzt ernsthaft dafür keine Schleichwerbung machen. Deswegen mache ich den Namen mal weg. Aber das ist, äh, so 10 DVD zentiert, ne? Jetzt habt ihr jetzt wahrscheinlich schon ein Bild gesehen, was es ist. Ähm, ist ziemlich bekannt in Amerika. Okay, ich kann es euch sagen, ernsthaft, das ist nicht das Problem. Ähm, wenn ihr abnehmen wollt, äh, ich mache, ähm, das ist ernsthaft jetzt keine Schleichwerbung, sonst wären irgendwelche Links unten. Aber das nennt sich Insanity. Und, ähm. Ähm, das mache ich gerade. Das ist das, äh, wirklich, das härteste Homeworkout, was es auf DVD auf der Welt gibt. Und das ist wirklich die Wahrheit. Und, ähm, es ist, äh, nicht mehr normal. Es ist wirklich sehr entschränkt. Wenn ihr abnehmen wollt, 100 Euro und in zwei Monaten habt ihr abgenommen. Das ist wirklich krass. Natürlich müsst ihr noch auf eure Ernährung und sowas achten, ne? Das ist schon ziemlich wichtig, so, aber... Ja, das bekommt ihr schon irgendwie hin. Nehmen wir mal die Tarnung, die sieht ziemlich geil aus, finde ich. Und ganz ehrlich, ich habe irgendwie keinen Bock auf... Okay, ach, fuck. Ah, okay, Sitzung nicht mehr, gut. Alles klar, ich hatte sowieso keinen Bock auf diese Map. Wisst ihr was, in der Zeit können wir ab... Ich zeige euch doch die Tarnung jetzt. Wir haben genug Tarnung. Ich will nicht übertreiben, Alter. Ernsthaft nicht. Ich könnte auch übertreiben, aber... Ich will ernsthaft nicht mehr... Ja, ich habe ein Video über die Hater-Kommentare gemacht. Im vorletzten, äh, Road to Commander, falls ihr das nicht gesehen habt. Ich schaue gerade so die Kommentare nach. Der eine schreibt hier so gerade... Warte, was schreibt der? Ähm, Rioting Gaming. Hater-Kommentare hat jeder. Macht ihr nichts draus. Es sind leider immer ein paar Leute, die aus der Reihe tanzen. Gibt es bei jedem. Selbst bei uns. Das ist ein geiles Video. Ähm. Ja. Stimmt schon, aber... Keine Ahnung. Die sind behindert, Alter. Keine Ahnung, was die haben. Die nehmen zu wenig Drogen. Wahrscheinlich nicht daran liegt's. Ne, Teammates? Hup! Guck mal, den Kill geklaut. Killstealer. Bam! Kill geklaut. Oh ja, das macht Spaß. Wenn noch mehr Killstealer... Oh, oh! Oh, ich bin nicht da! Nimm bitte nicht mich! Oh, Gott. Ich lasse diese Teile ernsthaft. Pass auf, Kill ihn, Kill ihn! Kill ihn, Kill ihn, Kill ihn! Kill ihn! Alter, haben die ernsthaft schon ein Problem mit einem Gegner, Alter. Ich weiß gar nicht, wo lang ich muss hier auf dieser Map. Ich hab hier nie gespielt, Alter. Oh, nein. Nein. Oh, mein Gott. Ich lebe noch. Oh, mein Gott. Nein. Er hat mich geheadshotted. Alter, hat er ein Glück, Alter. Mir hat noch ein Schuss gefehlt. Dann wäre er gestorben, der Wichser. Oh, mein Gott. Komm, stirb, Alter. Okay, ich laske kurz nach. Ja, natürlich, Alter. Alles klar. What the fuck? Mit dem C4 hat er mich umgebracht. Nice. Und statt einfach auf mich zu schießen, ey. Hab ich eigentlich auch schon das C4 freigestellt? Bin mir gar nicht sicher. Und die sind... Okay. Eins lernen wir wieder dazu. Diese Waffe ist total... Genau die falsche für diese Map. Ernsthaft? So eine falsche Waffe? Nehmen wir die Wahnsinnwaffe. Diese Waffe ist total falsch, Alter. Der Drohne nähert sich. Nehmen wir die Swag. Die Swags. Ich mag die Map überhaupt gar nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, wieso ich die nicht mag. Ich mag einfach diese Langfights nicht. Die kotzen mich an. Da haben immer die Sniper ihre Vorteile. Weil ich mag halt keine Sniper. Und ich mag halt nicht die Maps, wo man immer so Fernkämpfe machen muss. Das gefällt mir gar nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Muss ich ehrlich gestehen. Oh, mein Gott. Du Pisser. Mein Gott. Ja, kill mich bitte, der Hunter-Killer-Drohne. Bitte. Nein. Es war... Das war's jetzt. Das war's. Wie bin ich gestorben? Oh, mein Gott. Ich kann nicht socken gerade. Ich leg mich zu... Bitte. Gamer-Position. Sorry. Gamer-Position. Okay, jetzt. Gamer-Position. Jetzt ist es zu spät. Hm. 3 zu 7 auf jeden Fall. Hm. Ich bin auf jeden Fall ein guter Spieler. Muss man ja sagen. Bestes Roadtokumenter ever. Meine Unterhose sitzt falsch. Oh, mein Gott. Das war wegen meiner Unterhose. Da konnte ich nicht mal die Gamer-Position was dagegen tun. Okay, ich habe eine Idee. Jetzt ist Unterhose, es ist richtig. Warte nochmal zur Sicherheit. Unterhose, es ist richtig. Gamer-Position ist an. Und jetzt wird es Zeit, um zu zeigen... What the fuck? Okay. Es reicht nicht. Kein Bock mehr. Ernsthaft. Diese Map ist so behindert. Alter, ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map. Ernsthaft. Die ist verflucht. Ich mag die Map gar nicht, Alter. Ich gehe aufs Klo. Oh, mein Gott. Was ist das für ein Einkaufszentrum hier im Lava? Ein, auf dem hier geht jemand einkaufen. Ja, komm. Du behinderte... Ich habe keinen Bock mehr. Fuck, Alter. Habe ich keinen Bock mehr. Ich bleib hier stehen, Alter. Oh, mein Gott. Wie oft... Verliere bitte, Team. Verliere bitte. Ich hasse diese Map. Ich kann die gar nicht ab, Alter. Ja, klaut alle meine Kills. Oh, mein Gott. Ich bin da so wütend, ne? Ich bin da so wütend. Oh, mein Gott. Nice. Komm her. Komm her. Und ab. Ich bin da so richtig wütend, Alter. Dieser verkackte Map. Ich will nie wieder auf das spielen, Alter. Das war das letzte Mal, ey. Unglaublich, Alter. Ich schau mir gerade die Kommentare an. Jawohl, endlich. Ähm. Haha, gay. Cybron. What the fuck schreibt der da? Danny Burnett's Herzchen. Ah. Diff, Diff. Level 34. Nice, Alter. Was haben wir freigestellt? KSG. Nice. Wisst ihr, ob ich spiele diesmal mit der KSG auf Raid? Bitte, bitte. Bitte, Raid. Bitte. So, mit der KSG spielen wir hier. Die hat eine übelste Entfernung, eine übelste Reichweite. Und bitte die Tarnung. Die nehmen wir, die coole. Ähm. Ach, können wir eigentlich die auch mit der Tarnung versehen, ja, ne? Ja, können wir. Nice. Ähm. Hier habe ich leider keine Aufsätze für. Aber ich habe keinen Bock mehr auf die Ersme. Da bin ich... Näh. Doch, lassen wir die drin. Scheiß drauf. Die SWAT-Tarnung ist geil, sagt der eine. Der eine macht wieder Schleichwerbung. Ähm. Ja, läuft bei den Kommentaren, ne? Läuft bei euch, auf jeden Fall, ne? Muss man hier ernsthaft gestehen. Ähm. Gut, wir spielen auf Rated dieses Mal. Schon wieder. Und wir spielen diesmal mit der Stuhlfwinter. Das erste Road Commander mit der Stuhlfwinter. Also der erste Part zumindest. Team Deathmatch. Ich habe die Game... Sorry. Ey. Bitte Game-Up-Position. Äh, Gott. Bitte bestrafe mich nicht. Ich habe sie aus Versehen noch drinne gehabt. Los geht's. Die Game-Up-Position drinne zu haben, ist nicht gut. Und wer die Game-Up-Position mal sehen will. Die zeige ich. Ab ungefähr... Weiß nicht. 20.000 Likes. Ab 100.000 Likes. Oh, what the fuck. Sagen wir... Ab... 50.000 Likes. Zeige ich die Game-Up-Position. Oh, Taktik-Einstieg. Oh, er wollte... Ah, er muss auch gar nicht respawnen. Stimmt. Mist. Oh mein Gott, ist das schwer mit der Stuhlfwinter. Egal. Ich flakier die jetzt einfach. Die spawnen hier. Was ist denn los, Alter? Alter, mit der Stuhlfwinter zu spielen, ist so komisch gerade. Ich lade mal kurz nach. Mann, hat die, äh, zwölf Schuss, Alter. What the fuck. Die ist, äh, zu stark, Alter. Nein! Na, fuck! Mann. Scheiße. Ich darf mal eine Grenade hier hin, falls da irgendwelche Gegner sind. Ja, sind sie. Nein, ich werde gemessert. Ach, shit. Ich bin nicht so gut mit der Stuhlfwinter. Mein Movement ist mit der Stuhlfwinter nicht so gut, weil ich nie damit spiele. Wirklich nie. Nie spiele ich damit. Keine Ahnung. Hm. Alle sieht cool aus. Alter, ich finde die Secondary sieht geil aus. Nice, Alter. Komm, zeig dich, zeig dich. Okay, pass auf. Den hier. Gebe ich dir. Okay, schnell weg hier, schnell weg hier. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Nein! Oh mein Gott. Verdammt. Aber diese ist ein ziemlich guter Weg hier auf Raid. Wenn man hier entlang geht. Und einfach sofort nach links. Okay, ich packe das mal hier kurz hin. Auf 3, 2, 1 lege ich los, ja? Okay, 3, 2, 1. Höpf! So, wir sind drüber. Ich muss nicht flankieren, irgendwie. Meint, die, mach die, mach deine Arbeit. Seht, ich kann einfach nicht mit der Scheiche spielen, Alter. Ich kann das nicht. Wie spielt man damit? Voll komisch, Alter, mit der Strufende zu spielen, ey. Voll nutzlos. Wieso? Man hat halt, guck mal sowas zum Beispiel. Wie soll man sowas killen? So voll behindert. Egal. Ich sollte mich gar nicht erst beschweren. Auf jeden Fall bin ich kein Strufende-Spieler. Das kann ich sagen. Eins weiß ich aber davon. Die hat eine ziemlich große Reichweite, von der ich leider nichts sehe. Oh mein Gott, den hab ich gesehen. Beziehungsweise gehört. Nein, nein, der von... Oh mein Gott! Er ist wie ein Geist, hat er sich reingeschlichen, Alter. Verdammt. Auf jeden Fall, ähm... Stufen... Oh nein, 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 nein. Nochmal, nochmal. So, jetzt. Ist er hier? Nein, ist er nicht mehr. Scheiße. Egal, wenn jemand da reingeht, ist er tot. Oh mein Gott, der hat einfach Kill bekommen, ey. Und ich mit meiner Strufende versuche hier alles, Alter. Oh nein, ich gebe mein Bestes gerade. Guck mal, ich gebe mein Bestes, ich sehe keine Gegner mehr. Vielleicht spiele ich auch einfach zu viel. Acht zu zehn, Alter. Scheiße, ey. Boah. Wow, wow, wow. Mama, mir Picobelle habe ich da... Oh mein Gott, war das eine knappe Geschichte. Nein, das war genau der falsche Ort. Nein, schon wieder. Oh mein Gott. Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Er hat sich auch geduckt. Er wollte in den Arsch gelegt werden. Keine Ahnung, weiß ich da gerade laber. Ja, wo ist der Gegner? Wow, what the fuck, alter Schwede. Alles klar. Das war überraschend. Natürlich. Da sieht man viel von der Reichweite. Aber habt ihr das gesehen? Also wenn man... Die Waffe ist halt viel Glück, finde ich. Und die Esmin am Auto zu platzieren, ist ziemlich schlau. Weil meine Nase juckt, deswegen. Machen wir das mal kaputt. Damit nicht irgendwie die Wahr besteht, dass wir... Stell... Nein, das ist unmittelbar. Diese Waffe ist zu viel Glück. Das macht keinen Spaß, mit der Waffe zu spielen, wenn die so viel Glück ist. Bin ich ganz ehrlich. Guck mal, keine Chance. Unmöglich. Umzüglich. Unmöglich. Guck mal, unmöglich. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Geht nicht. Kein Plan. Keine Chance, alter. Oh mein Gott. Keine Chance, mit der Stoffe zu spielen, alter. Ich will jetzt gar nicht mich beschweren, die ganze Zeit, aber... Ja, sowas, äh, ab und zu, ne, geht mal rein. In die Eier, das geht natürlich auch rein. Aber sonst muss ich sagen... Das ist schon ziemlich viel Glück und das pisst mich an... Oh, oh. Man können wir ihn eigentlich... Ne, ne, niemals. Okay, das war's. Okay, wieso versuche ich es eigentlich? Das ist die Frage. Oh mein Gott, wir haben verloren. Ja, ich war positiv, also lag es nicht an mir, dass wir verloren haben, aber... Ähm... Ja, keine Ahnung. War halt, äh, Pech, schätze ich mal. So, schaue ich mir nochmal die Kommentare ein bisschen an. Es ist immer voll interessant, eure Kommentare zu lesen. Ähm... Digga, du bist 10.000 Mal besser als ich und du sagst, du bist schlecht. Kann ich's nicht verstehen. Ähm... Drachentarnung wollte der eine. Warte mal, hab ich nicht die Drachentarnung schon... Okay, der eine hat sich unbedingt... Ja, okay, meinetwegen. Oh mein Gott. Ich kaufe die ganze Tarnung, Alter. Das ganze Roadtruck meiner, aber steht nur aus Tarnung kaufen, ey. Ah, nur weil du es bist. Kawaii, Tarnung. Ja, der wollte wohl... Oh, Partyrock. Der eine sagt, ich soll nicht mal so viel Ausreden nehmen. Tue ich gar nicht. Äh, ich mach noch eine Runde, damit ein Part mal wenigstens ein bisschen länger wird. Ich nehm gar nicht so viel Ausreden. Das Ding ist aber, dass, ähm... Keine Ahnung. Ist halt einfach so, ne? Genau. Aquatarnung gefällt auch vielen Leuten. Habe ich leider noch nicht gekauft, aber hat mir auch gefallen. Aber wir werden diesmal die Drachentarnung nehmen. Vor allem, wieso zum Teufel verliere ich immer meine... Meine Aufsätze, was ist denn da los? Schnelles Magazin, dieses Mal überwichtig. Und Schalter, wahrscheinlich auf Vordergriff, braucht kein Mensch, Alter. So, wir spielen noch eine Runde, meinetwegen. Jo, was geht? Ich hab irgendwie Bock auf Salat. Ich hab noch Salat im Kühlschrank. Boah, ich muss heute wieder mein Training durchziehen. Ich hab so Angst, Alter. Nicht Angst, es ist quasi so eine Mischung aus Angst haben und, äh... Keine Ahnung. Das ist die Drachentarnung. Mal sehen. Ach, das sind diese Drachenschuppen. Geil, Alter. Wow. Das hat Style, Alter. Nice. Chillig, Alter. Klasse Tarnung, muss man ja sagen. Ich pack mal hier einfach mal eine Esmin hin. Wow, das sind alle. Alle Teammates. Alle Gegner, meine ich. Nein! Ich bin so wütend! Ich bin halt so wütend, ne? Ernsthaft, ich bin so wütend jetzt. Weil da war wirklich das gesamte Team. Ich bin so wütend! Ich bin da richtig sauer, Alter. Ernsthaft. Ey, könnt ihr bitte aufhören, meine Kills zu klauen? Er wird da nicht wieder spawnen. Er ist hier wahrscheinlich, hier. Oh mein Gott, das sind bessere Gegner. Hier müssen wir uns Mühe geben. Ich muss in den Stall killen und weggehen. Jetzt ist er immer von der anderen Seite schon gekommen, wo sie euch nicht erwarten. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Hä, ich hab schon wieder zwei Kills mit der Esmine. Habe ich auch in irgendeinem anderen Part von Road to Commander gehabt. Okay, den haben wir geholt, aber war leider nicht Michael. Okay, wir haben Blitzschlag. Ich spawn jetzt wahrscheinlich hier irgendwo. Keine Ahnung, was ich da mache. Oh, scheiße, scheiße. Nein, weg! Ah, fuck! Was mach ich da, Alter? Ich kam nicht klar. Ich wusste nicht genau, wo die jetzt sein werden. Also, nochmal, um es kurz zu fassen. Wenn ich sage, ich bin schlecht, und ihr schlechter seid als ich, dann seid ihr super schlecht. Nein, Spaß. Wenn ich sage, ich bin schlecht, und ihr sagt, ihr seid schlechter als ich, dann habt ihr halt andere Erwartungen an euch. Ich hab zum Beispiel richtig große Erwartungen an mich. Ich erwarte sehr gutes Gameplay von mir. Beziehungsweise immer eigentlich gute Videos. Oh, mein Gott! Keine Ahnung, Alter. Die Connection spinnt auch rum. Und der eine schreibt auch, ich soll nicht so viele Ausdrehen benutzen. Aber das sind keine Ausdrehen. Wenn das lag, dann lag es halt. Der kommt hier rein, ja. Weil der dumm ist. Guck mal, jeder schlaue Mensch hätte so getan, als würde er da reingehen. What the fuck? Wie, wie lange... Wie lange ist da, der Sauch noch da, Alter? Er macht Urlaub an diesem Ort, der Sauch. Weil ich schnell erst wieder hin, das klappt immer irgendwie. Keine Ahnung. Kurz warten hier. Hab das Gefühl, die kommen jetzt von... Oh, der Sniper. Alter, schwer, da war das eine knappe Geschichte. Ich liebe der MSMC, aber ich finde die ohne Schalt einfach ein bisschen besser. Aber ich habe auch keinen Bock, auf der kalten Map gesehen zu werden. Scheiße, die sterben alle wie Bananenschalen. Oh nein, die haben Bananenschalen. Rettet die Bananenschalen. Das ist das Missionsziel. Das Missionsziel. Rettet die Bananen. Ja, es laggt. Habt ihr gesehen? Es laggt dauerhaft. Aber das seht ihr auch wahrscheinlich im Gameplay. Es laggt einfach. So kann ich nicht spielen. Vor allem, so kann man nicht mit Schalt einfach spielen. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich treffe niemanden. Mist. Oh, der kämpft da. Wisst ihr was? Das ist ein guter, um den zu verarschen, Alter. Den kann man richtig geil verarschen, weil er rumkämpft wie so ein Spasti. Der verdient es echt, verarscht zu werden. Wir werden jetzt flankieren und ihn verarschen. Passt auf, zieht euch das rein. Hoffentlich hat er mich gesehen, ja. Alles klar, du hast mich gesehen. Es juckt aber niemanden. Denn wir gehen jetzt einfach ganz normal hier lang. Und kommen hinter dich. So. Und das hat nicht geklappt, weil meine beiden Kids geklaut worden sind. Na super, Alter. Oh, was geht? Man muss sich echt bedanken, um höflich zu sein. Für die ganzen freien Kills, Alter. Die sie einem immer geben. Hüpf. Oh mein Gott. Sie haben meine Ausrüstung gehackt. Scheiße, jetzt verlieren wir. Sie haben die Macht. Der. Wie nennt man die Teile nochmal? Der Hackdinger. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo, kennt ihr jemand? Ah, wir haben gewonnen. Nice, Alter. Noch kurz Kommentare durchchecken. Nachbesprechung in der Basis. Ja, denn der Mutter auch. Sorry, das war nicht so gemeint. Ich nehme alles zurückspräche, okay? Sei nicht sauer auf mich, bitte. Ähm. Komm mal. Kauf Drachen oder Cyborg. Habe ich schon? Drachentarnung, denn ja, habe ich doch. Und Tiertarnung. What the fuck? Die Tarnung ist so glossy und shiny. Diese grüne meint der. Ja. Okay, ich habe die Drachentarnung jetzt gekauft. Alles ist gut. Beruhigt euch jetzt. Ähm. Okay, wir benden diesen Part für heute. Und ich bedanke mich für's zu Ende schauen und sage nur noch drei. Äh. Sorry. Das ist total auf. Also. Bewerten und kommentieren bitte nicht vergessen. Mit einem Daumen nach oben. Ähm. Ähm. Abonniere jetzt meinen Kanal, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und dann sage ich nur noch drei, zwei, eins. Ciao, ciao.